Hey, V-Smile! Dora's Reparatur-Abenteuer Lernabenteuer Lernabenteuer Wähle deine Einstellungen Okay! Hallo, ich bin Dora Und ich bin Boots Heute gehen Boots und ich auf eine Fahrt mit Ticos meinem Loft-Auto-Boot-Mobil Willst du uns begleiten? Klasse! Oh, Dora! Ich kann es nicht abwarten, mit dem Loft-Auto-Boot-Mobil zu fahren Oh, oh! Hier stimmt etwas nicht Don't worry, Tico Boots and I will help you Ja, wir helfen dir, die verschwundenen Teile zurückzubringen, sodass du ganz schnell das Luft-Auto-Boot-Mobil reparieren kannst Fragen wir die Karte, wo die Teile zu finden sind Wir brauchen deine Hilfe, um Ticos Lenkrad zu finden Möchtest du helfen? Klasse! Let's go! Los geht's! Drück auf die OK-Taste, um zu springen Drück auf die OK-Taste, um zu springen Drück auf die OK-Taste, um zu springen Yeah! Ja! Oh nein! Die Brücke ist kaputt! Wir brauchen deine Hilfe! Wähle das passende farbige Teil, um die Brücke zu reparieren. Gelb! Yellow! Grün! Green! Klasse! Oh nein! Die Brücke ist kaputt! Wir brauchen deine Hilfe! Wähle das passende farbige Teil, um die Brücke zu reparieren. Very good! La 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 la! Let's go! Los geht's! Dora! Wie sollen wir nach oben klettern? Lass uns darüber nachdenken. Ich glaube, ich habe etwas in meinem Rucksack, das uns hilft. Hello, Friends! Dora und Boots brauchen etwas, um nach oben klettern zu können. Siehst du etwas, mit dem Dora und Boots hochklettern können? Yes! Die Leiter! Very good! Gut gedacht! Yum! 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 Wir müssen die Brücke überqueren mit der Farbe blau! Blue! Excellent! Das ist die Farbe blau! Blau! zuların! Die Brücke überqueren mit der Farbe blau! Sieht Music verabschiedet. Jedentober am Wasser, sehn! Maschinen oder die Schrenz Neg Kristen? Gut geschwungen. Hui! Gut geschwungen. Wir müssen die Brücke überqueren mit der Farbe Rot-Red. Very good. Das ist die Farbe Rot-Red. Und in anderen Katze im Fernsehen. Okay,def bild. regiment. Objekt mit dem Aufzen an die undermine. Zieh den, Ofi, Hmm мин. Deine Marc, Nutzer lang, Oh nein, die Brücke ist kaputt. Wir brauchen deine Hilfe. Wie viele Baumstämme brauchen wir, um die Brücke zu reparieren? Bewege den Joystick um. Gut gedacht. Lass uns. Drei. Eins. One. Zwei. Two. Drei. Three. Very good. Let's go. Los geht's. Wähle den Schlüssel, der zu dem Schloss passt. Yeah. Yeah. Lass uns das Lenkrad von Tico finden. Sieh nur, Dora. Der Frosch zeigt uns den Weg. Lass uns den Steinen folgen mit der Farbe grün. Green. Lass uns den Steinen folgen mit der Farbe grün. Green. Green. Sieh nur, Dora. Der Frosch zeigt uns den Weg. Lass uns den Steinen folgen mit der Farbe grün. Red. Lass uns den Steinen folgen mit der Farbe grün. Red. Lass uns auf die Baumstämme hüpfen, um hinüber zu kommen. Sieh nur, Dora. Der Frosch zeigt uns den Weg. Lass uns den Steinen folgen mit der Farbe blau. Blue. 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 Der Frosch zeigt uns den Steinen folgen mit der Farbe blau. Blue. Der furchtbar gemeine Fuchs ist so schnell. Wir müssen uns beeilen. Harry. Sieh nur, Dora. Der Frosch zeigt uns den Weg. Lass uns den Steinen folgen mit der Farbe gelb. Yellow. Lass uns den Steinen folgen mit der Farbe gelb. Yellow. 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 White. Yellow. Yellow. Didor. Yellow. 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 Ш Hankin. Charlie. Happy. dologen mit der Farbe gelb? Springen auf die Schildkröten um hinüber zu kommen. Was war das? Happy. Daddy. Uncle hat wohl 2 W miss became their list. Das Lenkrad. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Der Entdeckerstern. Werkzeugstern. Das Lenkrad. Excellent. Gut. Sieh mal, es ist Zweifer. Wir müssen uns beeilen. Los, let's go. Welchen Weg sollen wir nehmen, Dora? Fragen wir die Karte. Zahlenfluss. Zahlenfluss. Wir brauchen deine Hilfe, um Ticos Reifen im Fluss zu finden. Wie kommen wir den Fluss hinunter? Lass uns darüber nachdenken. Wir brauchen ein Boot. A Boot. Hier ist ein Boot. Aber es fehlen einige Teile. Lass uns die fehlenden Teile finden, um das Boot zu reparieren und den Fluss hinunter zu kommen. Wir müssen das Quadrat. Very good. Das ist das Quadrat. The Square. Wir müssen den Kreis. Wir müssen den Kreis. Excellent. Das ist der Kreis. The Circle. Wir müssen das Dreieck. The Triangle finden. Fantastic. Das ist das Dreieck. The Triangle. Swiper. Swiper nicht klauen. Swiper nicht klauen. Swiper nicht klauen. Swiper nicht klauen. Ach, Mann. Oh. Wir haben Swiper aufgehalten. Yeah. Ja. Wir müssen das Viereck. The Rectangle. Finden. Very good. Das ist das Viereck. The Rectangle. Wir haben es geschafft. We did it. Wir haben es geschafft. Folge den Zahlen, um den richtigen Weg zu finden. Oh nein. Das hat nach Swiper dem Fuchs geklungen. Wir müssen uns beeilen. Eins. Eins. Zwei. 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 Nein, die Baumstämme kommen. Wir müssen vorsichtig sein. Careful. Vier. Vor. Fünf. Bein. Vier. Vor. Fünf. Bein. Welch? Sechs. Sechs. Excellent. Fünf. Bein. Sechs. Sechs. Welche kommt als nächstes? Sieben. Seven. Fantastic. Acht. Echt. Neun. Nein. Nein. Yeah. Oh nein. Wie muss hier? 10 10 Krokodile Crocodile 11 11 7 10 11 11 Welche kommt als nächstes? 12 12 Very good! 11 11 12 12 Welche kommt als nächstes? 13 13 13 Yeah! 12 12 13 13 Welche kommt als nächstes? 14 14 15 15 15 15 15 15 14 Wir haben es geschafft! We did it! Wir haben es geschafft! Oh nein! Swiper möchte die Teile vor uns finden, sodass er sie klauen kann. Wir müssen uns beeilen. Harry! Wir brauchen etwas, um die Reifen aus dem Fluss zu angeln. Lass uns darüber nachdenken. Ich glaube, ich habe etwas in meinem Rucksack, das uns hilft. Hello, Friends! Dora und Boots brauchen etwas, um die Reifen aus dem Fluss zu angeln. Siehst du etwas, um die Reifen heraus zu angeln? Yes! Die Angelrute hilft ihm, die Reifen aus dem Fluss zu angeln. Very good! Gut gedacht! Yum, 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 yum! Delicious! Nun lass uns alle vier Reifen für Chico angeln. Bewege den Joystick, um die Reifen aus dem Fluss zu angeln. Ja! Ja! Wir brauchen drei mehr! Ja! Ja! Wir brauchen zwei mehr! Ja! Ja! Wir brauchen eine mehr! Viper möchte die Teile vor uns finden, sodass er sie klauen kann. Wir müssen uns... Ja! Ja! Wir haben es geschafft! We did it! Der Entdeckerstern Werkzeugstern 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 Reifen Excellent! Gut! Sieh mal, es ist Zweifer! Wir müssen uns beeilen! Los! Let's go! Welchen Weg sollen wir nehmen, Dora? Fragen wir die Karte? Freundlicher Bauernhof! Freundlicher Bauernhof! Wir brauchen deine Hilfe, um Chico's vier Propeller zu finden! Where are they? Ja! Wo sind sie? Der Propeller ist bei dem Tier, das so klingt... Let's go! Los geht's! Welchen Weg sollen wir nehmen, Dora? Der Propeller ist bei dem Tier, das so klingt... Der Propeller ist bei dem Tier, das so klingt... Der Propeller ist bei dem Tier, das so klingt... Der Propeller ist bei dem Schwein... Der Propeller ist bei dem Schwein, The Pack! Wähle die Fußabdrücke, die von dem Schwein... The Pack gemacht wurden! Fantastik! Der Propeller ist bei dem Schwein, The Pack Wähle den Gegenstand, der zu dem Schwein, The Pack, passt Gut gewählt Der Propeller ist bei dem Schwein, The Pack Lass uns das Schwein, The Pack, finden Gut gedacht Ja, ja, wir brauchen drei mehr Welchen Weg sollen wir nehmen, Dora? Der Propeller ist bei dem Tier, das so klingt Klasse, das Pferd, The Hall, klingt so Welchen Weg sollen wir nehmen, Dora? Der Propeller ist bei dem Tier, das so klingt Excellent, das Pferd, The Hall, klingt so Der Propeller ist bei dem Pferd, The Hall Wähle die Fußabdrücke, die von dem Pferd, The Hall, gemacht wurden Klasse Da kommt eine Regenwolke Wir brauchen etwas, das uns trocken hält Lass uns darüber nachdenken Ich glaube, ich habe etwas in meinem Rucksack, das uns hilft Hello, Friends Dora und Boots brauchen etwas, das sie trocken hält Siehst du, was Dora und Boots brauchen, um trocken zu bleiben? Yes Der Regenschirm hält sie trocken Very good Gut gedacht Yum, 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 yum Delicious Thank you, Backpack Yeah Yeah Der Propeller ist bei dem Pferd, The Horse Lass uns das Pferd, The Horse, finden Der Propeller ist bei dem Pferd, The Horse Wähle den Gegenstand, der zu dem Pferd, The Horse, passt Very good Der Propeller ist bei dem Pferd, The Horse Lass uns das Pferd, The Horse, finden Very good Very good Yeah Ja Wir brauchen zwei mehr Swiper nicht klauen Swiper nicht klauen Swiper nicht klauen Ach, Manno Wir haben Swiper aufgehalten Yeah Ja Welchen Weg sollen wir nehmen, Dora? Der Propeller ist bei dem Tier, das so klingt Very good Das Huhn, The Chicken, klingt so Der Propeller ist bei dem Hohen The Chicken Wähle die Fußabdrücke, die von dem Huhn, The Chicken, gemacht wurden Gut gewählt Der Propeller ist bei dem Huhn, The Chicken, wähle den Gegenstand, der zu dem Huhn, The Chicken, passt Klasse Klasse Der Propeller ist bei dem Huhn, The Chicken, lasst uns das Huhn, The Chicken, finden Fantastik Ja Ja Wir brauchen einen mehr Welchen Weg sollen wir nehmen, Dora? Der Propeller ist bei dem Tier, das so klingt Fantastik Der Hund, The Dog, klingt so Der Propeller ist bei dem Hund, The Dog Wähle die Fußabdrücke, die von dem Hund, The Dog, gemacht wurden Fantastik Der Propeller ist bei dem Hund, The Dog, wähle den Gegenstand, der zu dem Hund, The Dog, passt Very good Der Propeller ist bei dem Hund, The Dog, wähle die Fußabdrücke, die von dem Hund, The Dog, gemacht wurden Excellent Excellent Der Propeller ist bei dem Hund, The Dog, lasst uns den Hund, The Dog, finden Gut gedacht Swiper nicht klauen, Swiper nicht klauen, Swiper nicht klauen Ach, Manno Wir haben Swiper aufgehalten Wir haben es geschafft Wir haben es geschafft Wir haben es geschafft We did it Der Entdeckerstern Werkzeugstern Werkzeugstern Die Propeller Excellent Gut Gut Sieh mal, es ist Swiper Wir müssen uns beeilen Los Let's go Welchen Weg sollen wir nehmen, Dora? Welchen Weg sollen wir nehmen, Dora? Fragen wir die Karte Antike Pyramide Antike Pyramide Wir müssen den Motor für Tico finden Möchtest du helfen? Klasse Let's go Los geht's Wir müssen die Bilder so hinschieben, dass wir über die Brücke gehen können Bewege den Joystick, um auszuwählen Druck auf die OK-Taste, wenn du fertig bist Wir müssen die Direnen Det räumern Ich be radish Ich bin, die DPA So false Jetzt dermal 2 Verschleifen Ne Wir müssen die Bilder so hinschieben, dass wir über die Brücke gehen können. Bewege den Joystick, um auszuwählen. Druck auf die OK-Taste, wenn du fertig bist. Gut gedacht! Drück auf die OK-Taste, um zu springen. Es steht auf der K miele an. Drück auf die König auf die König. Ich hole dich curved. Und die in der Kasteel-Taste von der Stannya Apply. Ich number ihm aber und ich stehe nicht. Ich mache diese König aus. Das ist das Förstehe. Ich werde die König weiter dieren. Und du kriegst die König von derrien Wacken. Drück auf die OK-Taste, um zu springen. Wir müssen die Bilder so hinschieben, dass wir über die Brücke gehen können. Bewege den Joystick, um auszuwählen. Drück auf die OK-Taste, wenn du fertig bist. Fantastic! Swiper nicht knarren! Swiper nicht knarren! Swiper nicht knarren! Ach, Manno! Wir haben Swiper aufgehalten! Yeah! Ja! Ja! Wir müssen den Motor für Tico finden. Möchtest du helfen? Klasse! Let's go! Los geht's! Wir müssen die Kugel zur richtigen Stelle bewegen, sodass wir vorbeikommen. Bewege den Joystick, um auszuwählen. Drück auf die OK-Taste, wenn du fertig bist. Wir müssen die Kugel zur richtigen Stelle für die Kugel. Ich denke, wir müssen Sie bei Wetter auf die Kugel. Wir müssen die Kugel zur richtigen Stelle! Dauer sind wir zu entlang der Kugel. Wir müssen die Kugel zur richtigen Stelle! Oh, ein Kunstteil. Very good. Oh, ein Kunstteil. So, dass wir vorbeikommen. Bewege den Joystick, um auszuwählen. Drück auf die OK-Taste, wenn du fertig bist. Klasse! Oh, ein Kristall. Fantastic! Wir müssen die Kugel zur richtigen Stelle bewegen, sodass wir vorbeikommen. Bewege den Joystick, um auszuwählen. Druck auf die OK-Taste, wenn du fertig bist. Wir brauchen einen Kristall, der zu der Form passt, um die Tür zu öffnen. Wir haben Kristalle im Rucksack. Lass uns nachsehen, ob wir einen gesammelt haben, der zu der Form neben der Tür passt. Hello, Friends! Dora und Boots brauchen einen Kristall, der zu der Form neben der Tür passt. Siehst du einen Kristall, der zu der Form neben der Tür passt? Sie müssen den Kristall finden, der die gleiche Form hat wie ein Reis. Yes! Das ist der Kristall, der zu der Form neben der Tür passt. Very good! Gut gedacht! Yum, 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 yum! Delish! Thank you, Backpack! Yeah! Ja! Wir müssen den Motor für Tico finden. Möchtest du helfen? Klasse! Let's go! Los geht's! Gut geschwungen! Huuhu! Gut geschwungen! Huuhu! Gut geschwungen! Gut geschwungen! Huuhu! Gut geschwungen Dora, wie sollen wir nach oben klettern? Lass uns darüber nachdenken Ich glaube, ich habe etwas in meinem Rucksack, das uns hilft Hallo Freunde, Dora und Boots brauchen etwas, um nach oben klettern zu können Siehst du etwas, mit dem Dora und Boots hochklettern können? Yes, die Leiter, very good, gut gedacht Yum, 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 delicious Thank you, Backpack Yeah, yeah Woooo Wir müssen die Waage so ausgleichen, dass wir vorbei können. Bewege den Joystick, um auszuwählen. Druck auf die OK-Taste, wenn du fertig bist. Wir brauchen zwei mehr. Ich bin fertig. Es tut mir leilst, wie wirt deinen Leyens mehr. Das ist ein block so billiger Zipper und den Coppum brauchen wir mehr. Wir müssen die Kclassine bekommen. Wir müssen die Waage so ausgleichen, dass wir vorbei können. Bewege den Joystick, um auszuwählen. Drück auf die OK-Taste, wenn du fertig bist. Wir brauchen fünf mehr. Klasse! Wir müssen die Waage so ausgleichen, dass wir vorbei können. Bewege den Joystick, um auszuwählen. Drück auf die OK-Taste, wenn du fertig bist. Wir brauchen drei mehr. Very good! Wir brauchen einen Kristall, der zu der Form passt, um die Tür zu öffnen. Wir haben Kristalle im Rucksack. Lass uns nachsehen, ob wir einen gesammelt haben, der zu der Form neben der Tür passt. Hello, Friends! Dora und Boots brauchen einen Kristall, der zu der Form neben der Tür passt. Siehst du einen Kristall, der zu der Form neben der Tür passt? Sie müssen den Kristall finden, der die gleiche Form hat wie ein Viereck. Yes! Das ist der Kristall, der zu der Form neben der Tür passt. Very good! Gut gedacht! Yum, 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 yum! Delicious! Thank you, Backpack! Yeah! Yeah! Der Motor! Wir haben es geschafft! We did it! Wir haben es geschafft! Der Entdeck aussturm. Der Entdeck aussturm. Werkzeugstern Der Motor Die Propeller Die Reifen Das Lenkrad Es ist alles repariert Nun kann es losgehen zu einer Super-Super-Fahrt Cool Thank you Danke für deine Hilfe Lernabenteuer Lernspiele Lernspiele Schmetterlingsmemorie Schmetterlingsmemorie Die kleinen Schmetterlinge Haben ihre passenden Freunde verloren Findest du die Schmetterlinge, die zusammenpassen? Klasse Klicke auf zwei Schmetterlinge, die zusammenpassen Excellent Excellent Yeah Guter Versuch Lernspiele 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 Klasse Klasse Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Ja! Ja! Danke für deine Hilfe! Thank you! Möchtest du noch mal spielen? Nein! Nein! No! Schmetterlingsmemory! Enten füttern! Enten füttern! Die Enten sind hungrig! Wie viele Teile des Futters brauchen wir, um die Enten zu füttern? Zähle die Anzahl der Enten, die quaken! Bewege den Joystick, um zu zählen! Druck auf die OK-Taste, wenn du fertig bist! Eins! 1 Very good! Wack, 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 2 3 3, 4, 4. Klasse. Zähle die Anzahl der Enten die Quaken. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5. Klasse. Zähle die Anzahl der Enten die Quaken. 1, 1, 2, 3, 4, 4. Fantastic. Zähle die Anzahl der Enten die Quaken. Juhu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7. Gut gezählt. Zähle die Anzahl der Enten die Quaken. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Very good. Zähle die Anzahl der Enten die Quaken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Excellent. Wir haben es geschafft. We did it. Wir haben es geschafft. Yeah. Ja. Danke für deine Hilfe. Thank you. Möchtest du noch mal spielen? Nein. Nein. No. Enten füttern. Tierkinder. Tierkinder. Die Tiermamas suchen nach ihren Kindern. Hilfst du sie zu finden? Klasse. Wähle das Tierbaby, nach dem die Tiermama ruft. Klasse. Wähle das Tierbaby, nach dem die Tiermama ruft. Ätzeln. Wähle das Tierbaby, nach dem die Tiermama ruft. Ätzeln. Wähle das Tierbaby, nach dem die Tiermama ruft. Very good. Wähle das Tierbaby, nach dem die Tiermama ruft. Klasse. Wähle das Tierbaby, nach dem die Tiermama ruft. Klasse. Klasse. Wähle das Tierbaby, nach dem die Tiermama ruft. Yeah. Wähle das Tierbaby, nach dem die Tiermama ruft. Ja, 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 ja. Wir haben es geschafft. We did it. Wir haben es geschafft. Yeah. Ja. Danke für deine Hilfe. Thank you. Möchtest du noch mal spielen? Nein. Nein. No. Tierkinder. Froschfreunde. Froschfreunde. Der Frosch möchte seine Freunde finden. Hilfst du dem Frosch, seine Freunde zu finden? Klasse. Folge den Anweisungen. Eins. Nach rechts. Drei. Nach oben. Zwei. Nach links. Ja. Folge den Anweisungen. Zwei. Nach oben. Drei. Nach rechts. Eins. Nach unten. Very good. Folge den Anweisungen. Eins. Nach oben. Vier. Nach rechts. Vier. Eins. Nach links. Nach links. Folge den Anweisungen. Eins. Nach links. Zwei nach oben Drei nach rechts Very good! Folge den Anweisenden Eins nach oben Vier nach rechts Eins nach unten Ja! Folge den Anweisenden Zwei nach rechts Zwei nach oben Zwei nach links Klasse Folge den Anweisenden Zwei nach oben Zwei nach rechts Zwei nach rechts Zwei nach rechts Zwei nach unten Zwei nach links Gut gedacht! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Ja! Ja! Danke für deine Hilfe! Thank you! Möchtest du noch mal spielen? Nein! 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 Froschfreunde! Lernspiele! Einstellungen! Einstellungen! Wähle deine Einstellungen! Einstellungen! Danke fürs Mitspielen! Thank you!